ja der ist links rechts oha geht es aber holger gibt es euch im kopf hieß es der platz ja ja es ist ein kopf ja 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 aufladen hohohohoho alter ich freue mich ja schon auf den zweiten teil plus die lc was haben wir hier starkes herz starker stahl das macht hart wie grob stahl das muss jetzt sein sorry ich bin da ah what nehmen wir nix weee aber ja und die 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 der Geh rein! warum wechselst du die waffe ich wollte doch gar nicht wechseln der rosige aussicht von das kleine loch vielleicht kommt er jetzt rüber gelaufen und dann gehen wir wieder zurück aber gut die hälfte verballert ohne die knarre ich habe ihn aufgelassen egal also wird du schon lange verpusten gut hier war ich lade jetzt mal nach keine ahnung was es gleich passiert rüstung ist immer gut gleich haben wir Rüstung voll Rüstung voll ja mit so einer Knarre bist echt lange unterwegs wer guckt noch so ein Ding mal gucken wir mal was wir hier in der Mitte haben ah ok alles klar haben wir aufgemacht BJ Blazkowitsch der Mann aus Stahl wow oh ja baby oh wir gehen jetzt mal jetzt nochmal haben wir hier noch für Rüstung jawohl so zack wieder 100 alles klar fett'n Kavenz aus ey hat man gebraucht wusste ich jetzt gar nicht t Margrit alter meine war voller gar не ja ja sind hier ihr Ich bin der Fallen. Ich bin der Fallen. weil er ist aber ganz schön viel misst unterwegs hier wow die kann durch beton schießt okay da geht's hoch oh höchstung des gott ah oh oh warte ja von hinten Oh, Alter. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Äh, was, was, wo war er auf? Äh, bin dabei, bin dabei. Warte mal, äh. Mach das. Zigeuner. Zigeunen. Zigeunen. Ganz schön verwinkelt hier, ziemlich groß. Meine Position. Die hab ich dir gerade genommen. Oh, ja, schieß doch mal. Wollen wir mal sagen, wo der jetzt hin ist? Oh, ja, schieß doch mal. Ein Herz, ein Wille, Speerspitze, biotechnische Forschung. Okay, so. Dann können wir wieder aufladen. Ich denke, wir müssen irgendwo unten lang. Hier ist auch zu. So. Oh, cool. Dafür können wir immer gebrauchen. Ja, äh, okay. Was? Da. Ich suche die ganze Zeit, ey. starkes Herz, starker Stahl, starker Stahl, Stahl, ein Herz, ein, ach so, okay. Oh, der fehlt aber ganz schön, äh, den haben wir ganz schön, äh, Loch in den Balch gerümmelt. Okay. Okay. So liegt da? Können wir uns auch noch mal umgucken, ne? Also so mehr die Kasten brauchen wir nicht. Oder doch? Ne, wir haben 80, wir haben 100. Alles gut. Ne Rüstung, die kann man mitnehmen. Das ist geil. So, drüber jetzt erstmal hier oben. Aha. Ach so, hier sind wir voll nah gekommen. Alles klar. Gut, da gehen wir jetzt runter. So, gut. Weil ich hör immer noch krach. Ne, andere Seite. Das U-Boot ist in Position. Alles läuft nach Plan. Bei uns ist in Position. Das ist okay. In also, nicht, weil ich weiß nicht. Ah ja! Die von ihren Organen und ihrer unterlegenen Wahrnehmung, ich weiß es, ich habe Lächer geschnitten und nachgesehen. Opa, oha, guck, o. Fette Rüstung, fett, mega, fett. Fett, mega, fett. Na, ich will auch rege, ich will einen trockenen Hals oder wie? Wenn ich mal kopf, ne, wir holen ja, freilich, auf jeden Fall. Okay, da geht's. Warte mal, geh mal da lang. Nein, mal hier rein. Na, da hoch. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR